Hallo und herzlich willkommen zur 135. Folge, heute hier am 1. April. Und nein, die Folge ist kein April-Scherz, denn ihr seht, wir sind ja alle da. Und mit mir mache ich natürlich den Nils und den Heiko. Hallo. Ich habe jetzt überlegt, ob wir euch irgendeinen April-Scherz machen oder so. Keine Ahnung. Ich hatte überlegt, dann so eine Folge zu machen, die nur so 30 Sekunden ist oder so. Also so erstmal nur, weißt du, so eine ganz kleine und dann halt danach noch mal eine richtige, aber einfach nur so als Scherz. Aber wer weiß, vielleicht mache ich das ja in irgendeinem anderen Video heute noch. Mal schauen. DLS kommt ja nur als erstes morgens immer. Aber wer weiß, vielleicht veräppelt Heiko euch ja bei Satisfactory oder ich euch bei Dawn of Man oder wir euch bei Men's Evil Engine. Das wäre was. Ja, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Wir haben bis dahin auch schon ein neues Projekt gestartet. Oder sagen einfach, wir starten ein neues und starten das dann gar nicht. Das wäre ein geiles, das wäre doch ein geiler April-Scherz. Naja. Einfach so ein sündhaft teures... Jetzt weiß es jeder. Hä? Jetzt weiß es jeder. Äh, jeder ist gut bei den Aufrufzahlen, die wir beim LS haben. Ähm, also wenn die Aufrufzahlen so bleiben, würde ich sagen, es wissen 6. Also von daher, ähm... Einer davon wäre ich. Ja, siehst du, und einer davon ist meine Freundin, also... Echt? Schaut sie die Videos an? Nein, sie klickt sie nur an, damit wir einen Aufruf haben. Alles klar. Alles klar. Ich schau nicht, ja auch nicht ganz anders. Das macht deine Freundin also. Ja. Warum nicht? Alles für die Klicks. Naja, alles. Eine Person da einen Aufruf macht, also... Ja, also... Ja, gut. Ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwen dafür bez... Es ist viel. Naja, gut. Ist ja jetzt nicht so, dass ich da irgendwen bezahlen würde für, oder, äh, keine Ahnung, hier, äh, Klickzahlen kaufe in großer Menge. Hm. Nur aus Mitleid. Ja, das wird's wahrscheinlich sein. Sie guckt schon einen Haufen YouTube-Videos, aber nicht von uns. Okay. Guckt sie schon ganz viel hier, äh, Beauty-Tipps und so'n Kram an. Aber nicht von Bibi, keine Angst. Ja, die macht das ja eh nicht mehr. Ne? Ich bin da nicht so hinter, deswegen... Ich weiß sowas nicht. Woher weißt du, dass das sie jetzt nicht mehr macht? Hast du sie bisher immer, äh, verfolgt, ihre Videos? Gleich... Na, wie heißt er? Wayfox? Keine Ahnung. Ist das der Cousin von ihr? Ja. Bei dem schaue ich die Videos hin, deswegen kriege ich das so ein bisschen halb da mit. Achso. Ich verstehe. Ja. Das sind alles nur Ausreden. Eigentlich will er sich zu lieben, dass er sich Bibi jeden Tag angeguckt hat. Muss nicht, Alter. Hahaha. Komm, du hast doch auch ihre Singles-Idee schon zu Hause. Nein. Hahaha. Immer so, die kann ich nicht singen. Ja, ich find das auch nicht gerade sehr, äh... Oder zumindest die Lieder, die sind halt so... Ja. Ja. Wir wollen nicht mehr darüber reden. Nee. Wir werden hier keinen Shitstorm irgendwie, wir werden hier keinen YouTuber gegenseitigen Hass hier schwüren, ja. Obwohl, hätten wir mehr Aufrufe. Hm, nein. Nein. Jetzt am Donnerstag war erst, also jetzt nicht diesen, sondern den davor schon, also am, äh... Mhm. Hatten wir in Berlin ein Problem damit. Und zwar auf dem Alex haben sich zwei verfeindete YouTuber-Gruppen getroffen. Die YouTuber hatten die dazu aufgerufen, sich da zu treffen. Und, ähm, hat mal eben schnell ein Großartes der Polizei ausgelöst. Wurden auch einige verhaftet. Ja. Ich hab nur mitgekommen, dass da irgendwas passiert ist. Ich weiß nämlich wer. Na, wer? Ich hatte da Artikel drüber gelesen. Ich hab nur wieder vergessen, wer. Aber, ähm, was stand da? Waren, glaub ich, zwei verfeindete YouTuber. Hat... War so was... Das eine klang so ein bisschen arabisch irgendwie. Arabisch-Türkisch irgendwie. Keine Ahnung. Also es ist jetzt keine rassistische Aussage oder so, ja. Einfach nur, aber es klang halt wirklich so, vom Namen her. Was da stand. Ich kenn die aber nicht. Also von daher ist mir auch relativ stuppe, muss man sich ehrlich sagen. Also wenn irgendwelche YouTuber irgendwo die Köpfe einschlagen müssen, äh, bitte, dann sollen sie das tun. Aber ich finde, die sollten sich ja wenigstens selber gegen die Köpfe einschlagen und nicht ihre Fans das machen lassen. Weil ich finde, wenn die YouTuber selbst untereinander ein Problem haben, dann sollten sie das unter sich klären. Und nicht ihre zigtausende Fans oder so damit reinziehen. So sehe ich das zumindest. Also wenn ich hier ein Problem mit einem anderen YouTuber hätte, würde ich euch nicht dazu aufrufen, hier irgendwo euch zu treffen und sagen, so jetzt... Ne? Ich meine, sie wollten ja nur reden. Ja, genau. Aber nur zum Reden muss ich nicht zigtausende Fans aufrufen, da hinzukommen. Jeweils. Ja. Da war auch wirklich was los. Ich bin ja an dem Tag Straßenbahn gefahren, ich bin ja über den Alex gefahren an dem Tag. Hab das auch gesehen. Die ganzen Menschenmassen, die da waren, Polizei und so. Oh. Oh. Hast mir jetzt nichts von der Schlägerei mitgekriegt. So direkt, aber... Du hast noch den Radlader, oder? Ja, das liegt noch bei mir, ja. Darf ich den haben? Ja, kannst du den nehmen. Ich wollte jetzt eh aufhören. Ja, darfst du. Mit Silage. Du musst mal ein bisschen was aufbauen. Aber der Preis ist noch weiter gestiegen, oder? Der Preis. Oh ja, 265 ist es jetzt für Silage. Cool. Weil ich merke nämlich grad, dass der Preis steigt, weil ich hab nämlich ein bisschen mehr bekommen jetzt nochmal. Ich hab jetzt schon wieder 38.000 auf dem Konto. Zurückzahlen. Jetzt hab ich nur noch 405. Ich könnte also 300.000 jetzt aufnehmen als Kredit schon wieder, ne? Ja. Hätte dann 303.000. Verfügbar, theoretisch. Reicht aber nicht für die BGA. Oh. Selbst wenn ich die ganze Silage verkaufen würde, würde das nicht reichen für die BGA. Ja, ich war grad Gabel Schaffler. Wir wollen so eine Palette vom Shop holen. Okay. Versuch mal mit dem Radlader hier den Berg hochzukommen. So, wir stellen jetzt erstmal wieder ab hier die ganze Technik. Erstmal genug Silage verkauft. Ich könnte mich ja eigentlich auch ans Futter mischen machen, wie da für die Kühe. Mhm. Könntest du auch. Wie viel Futter haben die denn noch? Aber da sind noch 55.500 drin. Das ist pfff. Eigentlich brauche ich noch nicht wieder mischen. Wenn ich jetzt die Pferde schon wieder verkaufen würde, hätte ich jetzt schon wieder einen Gewinn drin, ne? Von knapp 3.000 pro Pferd. Nicht ganz, aber... Ja, ich hätte 7.000 für mein Pferd aktuellen Gewinn drin. Das sind 8.000. Also praktisch 8 mal 3. Das sind dann schon wieder 24.000. Ja. Wenn ich jetzt schon wieder einen Gewinn drin hätte. Deswegen, ich müsste eigentlich jetzt nur noch die ganzen... Ich muss eigentlich nur noch die Pferde durchziehen. Wirklich. Ähm, Nils, ne? Ja, dann macht das. Wenn ich die Pferde wirklich alle durchziehe, so wie jetzt bis das Hafer alle ist, ne? Das fülle ich nicht mehr nach. Ähm. Ähm. Dann hätte ich einen Haufen Kohle wieder. Und dann könnte es sogar für die BGA reichen. Wie viele Tage brauchst du? Zehn Tage normalerweise. Pro Pferd. Pro Pferd, ja. Aber wenn ich alle Pferde an jedem Tag bereite, dann sind sie doch so zehn Tage. Ja. Sollte ich mit der Zeit rauskommen? Meinst du, du schaffst es vorher, ja? Ja. Ne, wenn ich mein Ding da fertig habe, verkaufe ich es? Naja, einfach dadurch, dass du halt schon den Kredit halt nicht ausgereizt hast. Das ist immer der Punkt. Genau. Den Kredit ausreizen noch komplett. Sind schon mal 270.000 inzwischen. Ja, wenn du die BGA hast, hab ich keine Einnahmen von dem Verkauf da. Hast du nicht? Ne, die gehen glaube ich trotzdem an dich dann. Das ist deine BGA und ich da was reinkippe? Ich weiß es nicht. Du verkaufst es. Müsst man ausprobieren. Müsst man ausprobieren, ja. Ja gut, aber wer soll das denn bezahlen? Wenn ich das Verkaufen, das deins ist, bezahlst du das dann? Ja sag ich mal, ich kriege ja dann Gewinn und den kann ich an dich zurückverkaufen. So ist ja nicht. Du willst Gewinn an mich verkaufen? Ja, du schüttest was rein, ich kriege einen Gewinn. Dann verkauf ich den Gewinn einfach an dich zurück. Ja. Wenn es halt nicht funktioniert. Außer du bist schneller mit dem BGA-Kauf. Ja. Heiko, vielleicht 26 ist schon ein bisschen Unkraut, aber ich glaub du bist eh schon dabei, ne? Ja, ich hab keine Spritze. Ich reite nämlich grad hier rum. Da ich ja sonst nichts zu tun habe. Mhm. Heiko lässt immer alle stehen und liegen, wo er gerade ist. Der Gabelschappe einfach stehen lassen mit der Palette drauf. Mit Rundumleuchte eingeschaltet. Einfach stehen lassen. Na dann, auf geht's Heiko. Das arme Unkraut. Mhm. Das ist ausgerotet. Ach, dann wird die Textur wieder heller, ja? Wenn du da rüber spritzt jetzt. Du hast erst gedüngt, oder was? Nein, meine Sämaschine hat direkt mit gedüngt. Ach so. Und wenn du jetzt spritzt, wird's wieder heller. Ist ja interessant. Dann darfst du eigentlich gleich wieder düngen, oder? Ja. Hätt man beide Düngerstufen weg. Ich find's aber geil, dass das Unkraut stehen bleibt trotzdem. Beim Spritzen. Wenn du es striegelt, ist es weg. Wirklich. Ja, dann ist es komplett weg. Ja. Weil Striegel reißt das ja quasi aus dem Boden, samt Wurzel, ne? Ja. Allerdings die Frage, ich weiß nicht, ob man mehrmals striegeln muss dann. Hm. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber beim Spritzen weiß man ja einmalig. Einmalig, genau. Und dann ist das für den Ernte, also für die Saat dann erledigt. Aber ich weiß nicht, ob ich das grad hingekriegt hab. Aber das müssen wir rausfinden. Werde ich auf jeden Fall rausfinden später, Heiko. Mhm. Weißt du bist grad auf dem Pferd, ne? Ja. Gerade. Ja. Ja, dann müsstest du mal zu mir kommen. Ist doch kein Problem. Ich kann auch zu dir reiten. Wenn du die Zeit hast dazu. Ja. Ich bin ja schon bei Heiko, so weit ist es ja nicht. Und du meinst da grad zur Getreidemühle, wo du grad stehst unten, oder? Ja. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ich reite das Querfeld ein. Ich komme. Weiß ich nicht, wie ich das grad geschafft hab. Bin ich mal gespannt. Hab ich gleich ein Thumbnail für die Folge? Hehehe. Nein. Hehehe. Das kannst du gerne machen. Du kannst mich nur daran hindern, indem du das vorher schon bereinigst. Ansonsten. Mach ich nicht. Bin auf direktem Weg. Das krieg ich auch nicht hin ohne zurücksetzen. Okay. Ich bin auf direktem Weg. Ich laufe gerade quer durch den Weizen. Aber was ist jetzt durch? Ist das nicht schön, einmal durch so ne schöne, so schönes Feld durchreiten im Galopp? Das Baumwollfeld. Ne, jetzt ist gerade Weizen hier oder sowas. Oder Gersten. Danach. Danach auf dem Baumwollfeld. Stimmt. Welt 14. Oh Gott. Gibst du da einen Auftrag für? Zum Ernten? Ja. Oh Gott. Ne, danke. Da kommen doch... Da kommen bestimmt mindestens zwei, also zwei auf jeden Fall. Wir nehmen sogar drei Beine raus. So, was hast du hier gemacht? Jetzt müssen wir mal schauen. So. Wie macht man denn sowas? Ich weiß es nicht. Also ich bin zu schnell gewesen. Ja. Ja. Und dann ging die Laterne gefahren. Und jetzt steckt die Schaufel... In der Laterne. Nicht reingeglitscht, ja. Ich kann hier machen, was ich möchte. Ich komm doch nicht raus. Lass mich mal versuchen. Viel Spaß haben. Du bist doch raus. Ja, ja. Er kann machen, was ich will, aber komm nicht raus. Genau. Ja, ja. Was ist das überhaupt für Glascontainer? Sag mal, da fehlt doch der wichtigste. Welcher? Welcher? Na, guck mal, was da dran steht. Da haben wir einmal Braunglas, einmal Grünglas und ich dachte, der dritte Container wäre jetzt Weißglas. Nein! Dosen-Schrott. Und wo ist jetzt Weißglas? Das schmeißt die einfach in die Botanik oder was? Genau. Jetzt muss ich mal gucken, was der Nils da oben so mit dem Wald angestellt hat. Tja. Ich kann da einfach querfeldein hochreiten, oder? Den Berg hoch. Ja, kannst du. Obwohl man... Bei den Felsen ist das ein bisschen schwieriger bei den Felsen. Ja, du hast doch hier diesen schönen Wanderweg. Ganz über den hoch. Ach, Wanderweg. Querfeldein, den Berg hoch. Achso, ach nee, geht ja gar nicht. Das ist aber noch der Fluss dazwischen, den hab ich gar nicht gesehen. Ja. Ja. Spring! So, alle Beine gebrochen. Ich glaube, locker mindestens wahrscheinlich 30, 40 Meter gesprungen bin. Aus der Höhe. Gefährt. Das wäre jetzt Matsch unten. Ja, ich glaube, es würde noch leben, aber es würde... Ja, kurz vor nicht mehr leben, ja. Ja, alles schon weggeholzt in der Mitte hier. Musst du die Stumpmoner wegmachen, ne? Und zum Schluss. Und dann würde ich, ganz ehrlich, weil der Boden ein bisschen unebener ist, mit der Landschaft zu dem Boden, das müssen wir ein bisschen glätten, ein bisschen angleichen nur. Jetzt nicht platt machen, sondern einfach nur ein bisschen glätten. Und, ja, neue Bäume drauf, wa? Nö. Nö? Verkaufst du einfach was? Verkauf und nächste Ding. Gibt's ja wohl nicht. Ist ja hier Ausschlachten der Natur, sag mal. Du meinst doch, es sollen alle Bäume von der Karte verschwinden. Ja, aber alle wirklich. Ich meine wirklich alle. Also auch die, die hier oben bei den Gleisen stehen und so, ne? Ah, ich kümmere mich erstmal um die Hauptflächen. Und vor allem auch die, die an der Burg oben stehen und alle, ne? Sprung ins Wasser! Yeah! Platsch! Hä? Ich konnte gerade auf dem Wasser gehen. Ach ja, das ist am Fluss so. Echt? Ja. Würde ich nochmal machen. Die Hälfte vom Fluss kannst du auf dem Wasser gehen. Oh mein Gott, ich bin Gott! Ich bin Jesus! Dann, wenn du den Fluss komplett durch bist, unten ins Hafengebiet rein. Und unter Wasser quasi reiten. So. Thumbnail! Für... Für ich laufe auf dem Wasser. Reiten auf dem Wasser. Yeah, ich reite jetzt hier auf dem... 1. April, oder? Ist doch schön was. Äh, passt doch zum 1. April, ja. Und das ist kein April, ich reite hier halt wirklich auf dem Wasser. Ja. Ich bin auch bei euch nicht. Huiiii! Und hier unten geht's hier unten auch noch. Ja, hier unten geht's auch noch, okay. In dem Abschnitt. Ja, es hat ein weiter Weg im Fluss runter jetzt bis zum Hafen, ne? Ich dachte, ich kann jetzt auf dem Wege das Pferd ganz schnell auf die Koppel zurückbringen. Wenn ich einfach mal ins Wasser springe. Ja? Ja, äh, falsch gedacht. Ja, das ist nicht zu einfach, aber ja klar. Aber schiffbar ist der nicht. Da kannst du jetzt mit einem kleinen Boot langfahren. Was größeres geht hier nicht. Aber der kann ja lang reiten, mein Gott. Wozu brauche ich einen Boot, wenn ich das Wasser laufen kann? Hallo? Wupf! Ja, du kannst doch mit einem Auto rüberfahren. Ja, deswegen. Brauche ich doch kein Boot für. Wenn ich mit einem Traktor oder auch mit einem Pickup oder mit einem Transporter her langheizen kann über den Fluss. Ja, mit einem schönen Ford, ne? Ja, mit 200 zu 240 Gramm Hade langheizen. Oh, Mann. Da frage ich mich jetzt auch wieder, warum ist das so? Das muss doch irgendwie bei Giants, ich meine ja, das ist jetzt wahrscheinlich, weil es der Fluss ist und nicht weil es das Wasser unten ist. Aber es ist doch trotzdem eine Wasserplane. Ihr könnt es doch trotzdem mit der Berührung der Wasserplane irgendwie machen. So, die nächste Stromschnellen. Runterspringen. Ah, hier geht es nicht mehr. Okay. Hier geht es jetzt nicht mehr an der Stelle. Gucken wir mal auf die Karte, wo das ist. Kurz vor dem Hafen unten, genau. Vorher ging es bis zum Hafen runter. Ja. Und halt, du konntest dann am Hafen quasi im Unterwasser reiten. Okay. Am Release-Tag. Ne, aber das ist jetzt natürlich der Punkt, dass hier jetzt ab der Stelle ist das Wasser jetzt dasselbe Wasser wie halt unten die ganze Küste rum. Ja, die Küste war am ersten Tag noch nicht wirklich da. Okay. So, gut. Wir tappen dann mal wieder zu uns nach Hause. Ach, du legst da gerade einen ganzen Haufen Holz in deinen... Warum machst du das? Nils. Ähm. Ja, vielleicht, weil ich den Baum mir ein bisschen nach draußen geholt habe, weil ich den eigentlich da unten schon verarbeiten wollte. Okay. Gucken wir mal, was der Nils hier zusätzlich gemacht hat, abgesehen von den ganzen Waldabholzen. Simu, das erste Feld ist fertig gespritzt. Aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht, warum du die Förderbänder hast. Ja. Kann ich auch mit dem Ding mal wegfahren. Weil, äh, wozu? Du kannst doch eh direkt, äh, von dem Häcksler in den Anhänger rein. An. Hä? An. Naja, aber... Ist doch eine unnötige Geldverschwendung eigentlich. Behalt sie einfach und schenk sie mir. So, welches Flutlicht ist das jetzt, was direkt vor mir ist? Das soll weg? Ja. Ja. Klick einfach eins an und sag verkaufen. Er fragt dann, ähm, welches. Wenn du mehrere vom selben hast, fragt er dich eigentlich. Genau. Weg ist es. Du kannst bitte gerne schenken dir das lange Fließband, ne? Also... Ja. Wieviel kannst du denn die neu? 38.000? 38.000 plus 5.000, das sind 43.000, 5% Rabatt, weil es schon eine Benutzung war. Wieviel? Du weißt, dass ich sonst, äh, dass du dann trotzdem die Betriebskosten für die Dinger zahlen musst? Naja. Ach, ich kann sie mir auch selber kaufen, mein Gott. Wieviel Geld? Kauf dir und schenke, gib dir dann das Geld, was ich dafür gekriegt hab. Oh, ne Variante. Hehehe. Du ordentlicher Abschnitzel. Tja. So, aber die Folge ist auch schon wieder lange zu Ende. Ich überziehe schon wieder. Und, äh, deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns und sagen tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.